Im Ortsteil Patriching, der am Rande des Bayerischen Waldes gelegenen Dreiflüsse-Stadt Passau, befindet sich der Sitz unserer Firma Holzmeierhofer, Mitglied im Holzring, einem bundesweiten Zusammenschluss mittelständischer Holzgroßhändler. Gegründet wurde unser Unternehmen im Jahre 1945 als Transportunternehmen und Holzfachhandel. Seither ist das Familienunternehmen stetig gewachsen. Ein Standortwechsel in den 70er Jahren nach Patriching ermöglichte einen weiteren Ausbau unserer Firma durch Rudolf Meierhofer. Heute wird unser Unternehmen von Thomas Meierhofer geleitet. Als eine der wenigen Firmen in Deutschland führen wir die Gesamtproduktpalette aus Holz inklusive einer umfangreichen Auswahl an Funieren und Schnitthölzern und gehören inzwischen zu den führenden Holzgroßhändlern im süddeutschen Raum. Egal ob Türen, Böden, Wand- und Deckenverkleidung, Isolierung aus Holz, verschiedenste Holzwerkstoffplatten, Hobelware, Massivholz, innovativer Holzbau oder Holz für den Garten- und Terrassenbereich, bei uns finden Sie eine reiche Auswahl deutscher Markenartikel, namhafter und zuverlässiger Hersteller. Wir verstehen uns als Mittler zwischen Industrie und Handwerk. Für Handwerksbetriebe, Industrie und Architekten ist unsere Firma Holz-Meierhofer mit einem sehr umfangreichen Großhandelslager ein kompetenter Partner. Die Vielfältigkeit unseres Lagerangebots zählt mit zu unseren Stärken. So können unsere Kunden auf einer Gesamtbetriebsfläche von ca. 50.000 Quadratmetern, davon ca. 20.000 Quadratmeter überdacht, stets auf eine große Auswahl unterschiedlichster Materialien zurückgreifen. Im Furnier-, Schnittholz- und Plattenbereich haben wir über 140 Holzarten auf Lager. Diese stets vorrätige große Auswahl ermöglicht für unsere Kunden sofortige und flexible Liefertermine. Wir nehmen uns Zeit für unsere Kunden. Die Stärken unseres Betriebes liegen im Service und der fachlichen Beratung durch unser kompetentes, ca. 60-köpfiges Team, das durch regelmäßige Schulungen stets auf dem neuesten Stand gehalten wird. Als zukunfts- und kundenorientiertes Unternehmen bilden wir jährlich zwei bis drei Auszubildende in unserem Betrieb aus, um auch zukünftig fachkundige Ansprechpartner zu gewährleisten. In unserem Beratungszentrum mit einer ca. 1000 Quadratmeter großen Ausstellung gibt es eine riesige Auswahl unserer hochwertigen Markenprodukte. Hier lassen sich die vielen faszinierenden Gestaltungsmöglichkeiten mit dem Naturbaustoffholz entdecken. Qualifizierte Berater stehen dem Kunden zur Seite, der sich von über 250 Türelementen plus vielfältigen Zubehörs inspirieren lassen kann. Unter ca. 800 Parkett- und Bodenmustern kann der Kunde ganz in Ruhe seine Auswahl treffen. In der Erlebniswelt unserer Ausstellung nimmt die persönliche Vorstellung des zukünftigen Heims eine konkrete Form an. Mehr Informationen zu unserem Unternehmen und zum umfangreichen Programm finden Sie auf unserer Webseite. Eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden steht für uns immer an erster Stelle. Wir sind für Sie da, denn Holz ist unsere Leidenschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017